Die auch ganz toll, das ist ein Trinknapp. Die trinken ja die Katzen, das ist der Katzbaum hier und die Rauchtoilette ist auch noch da. Das kann man in den Gefriesschrank machen. Na, Flauschi, es ist noch kalt und das hält bis zu 8 Stunden. Na, dann nimmt man das hier raus. Hier sieht man das, ich kann das jetzt leider nicht so rausnehmen. Und, ja, ist super. Also es ist immer frisch gekürtes Wasser, ne. Also es hält bis zu 8 Stunden und die Katzen haben richtig kaltes Wasser, so wie aus dem Brunnen, ne. Weil ja, die Katzen brauchen das ja auch, ne, Schnucki. Ja, ne, guck mal mit, ne, das ist deine, ne. Ja, 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 ja. Ja. Ja, da stelle ich denen immer noch extra hin. Und hier habe ich nochmal Filetspray, weil, naja, drei Katzen, manchmal gibt es ganz schön Krieg. Und unsere Aboline, naja, wenn die das nicht hat, die fühlt sich ja sowieso immer eingeschüchtert, dann pinkelt sie immer gerne hin. Ja, so ist das halt. Gut. 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 Vielen Dank.